Schauspielerin Annelika Meissner ist tot Die Agentur Wort und Kunst teilte die traurige Nachricht unter Hinweis auf Familienangehörige mitteilte. Weissner spielte in der schleswig-holsteinischen Ponyhof-Saga die Rolle der Dick, Heidi Brüwer in den Filmen ihrer Schwester Dali. Filme aus den 50er Jahren. . Gedreht wurden die Kinofilme in den 50er Jahren an Orten wie Malente und Euthen, viele Zuschauer kennen sie aus den Wiederholungen im Fernsehen. . . .